Ich musste auch nach meiner nicht bestandenen ersten Fahrprüfung Autogramme unterschreiben. Da habe ich mich auch sehr schlecht gefühlt. Ach du bist mit dem ersten Mal durchgerasselt? Ich habe mit dem ersten Mal durchgerasselt. Ja, Herr William Brink, jetzt tut es mir aber leid, aber ich bräuchte noch zehn Autogramme. Das gehe ich so. Mega Bock jetzt.